1940 verwandeln die deutschen eine ehemalige kaserne in das kz auschwitz doch dieses später sogenannte stammlager ist nur der anfang 47 nebenlager entstehen auch dort kommen tausende arbeitssklaven für die ss zum einsatz drei kilometer vom stammlager entfernt entsteht ab oktober 1941 auschwitz birkenau auschwitz 2 ursprünglich als riesiges kriegsgefangenen lager geplant wird es bald zum zentralen ort für die ermordung europäischer juden es gibt getrennte lagerbereiche für frauen und männer allein rund 30 baracken dienen zur aufbewahrung des besitzes der opfer den ankommenden wird alles abgenommen zur wiederverwertung es gibt vier krematorien mit gaskammern ungefähr 900.000 menschen werden in birkenau sofort nach ihrer ankunft ermordet das nicht eben auch was sie ist neues 18 das nicht gewählанс von 14 so